Winterlandschaft, hast du denn jetzt, würdest du jetzt, also gefällt dir der Beat? Ja, ich probiere es jetzt aus. Okay, gut, dann schalten sich jetzt bitte alle stumm. Ne, wir machen das anders, ihr kommt alle so lange in den Vorraum. Und dann hören wir uns das einfach mal an, was Winterlandschaft so zu sagen oder rappen hat. Winterlandschaft? Definitiv nicht mehr Friste, da bin ich jetzt nicht so der Perfekte, aber ich probiere es. Ja, kein Problem, auf drei geht es los oder brauchst du noch ein bisschen länger? Es geht los, kann schon losgehen. Eins, zwei, drei. Ja, ja, ja. Ich rappe über das HO-Dorf, jawohl. Das HO-Dorf liegt nicht in Tirol. Jetzt bin ich drin. Bei Bernd und bei anderen. Und wie soll ich das sagen? Bei Bernd ist es einfach toll. Bei Bernd und bei anderen. Oh, ja. Jetzt geht es weiter mit meinem Reib. Oh, ja, ja, ja. und ich bin da auszene ganz nah heute hatten wir das thema politik das ist meines ich habe die autisten portal und irgendwann sind wir autisten völlig frei der autisten start wird kommen das habe ich mir vorgenommen winterlandschaft und ich bin ein gamer und zog es sehr gerne und schaue mir an alle spiele aus der ferne habe ich eine 4k monitor und das ist ja ich möchte und die diverse spiele wie zum beispiel csgo und ich habe auch einen chat muss dann den spitznamen flo und ich schreibe auf ebooks das ist wahr und den themen bin ich ganz nah interessiert mich sehr denn da bin ich mein eigener herr berns winterlandschaft oh ja und danke wie gesagt ich weiß nicht gut ich weiß ich war nur frist und ich bin schon ein bisschen müde aber Buchung und und